Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir hören die Lesung aus der Heiligen Schrift aus dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater. Unsere Hilfe ist den Namen des Herrn. In der Himmel und der Erde, die ich gemacht habe. Herr, erhöhe mein Gebet. Um das, deine Lüge zu erlauben. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, die ganze Schöpfung verkündet dein Lob. Zieh noch das Werk unserer Hände und segne dieses flüssige Metall, das bei dem Bus einer Glocke bestimmt ist. Leite deine feurige Ströme und schenke unseren Mühen Erfolg. Gebe, dass die neue Glocke deinen Namen verherrlichen inmitten deiner Gemeinde. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Verwarte unser Himmel, wie gehe ich werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot, die uns heute, und vergib uns unsere Schuld. Wir, auch wir, vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, du die Kraft und die Gerechtigkeit in die Ewigkeit. Amen. Herr, komm unserem Handeln durch deine Gnade zuvor und begleite es mit deiner Hilfe. Gib, dass all unser Weben und Tun von dir ausgehe und durch dich gelinge. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen. Seid ihr soweit? In Gott' Gnade. Amen. Amen. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.